Im rhythmischen Takt der Reifen auf der Straße entfaltet sich für den LKW-Fahrer eine Welt voller abenteuerlicher Schönheit. Jeder Kilometer auf der endlosen Straße wird zu einer Reise durch atemberaubende Landschaften von majestätischen Bergpässen bis zu verschlafenen Küstendörfern. Die Sonne, die den Horizont in flammende Farben taucht, wird zum ständigen Begleiter auf diesem faszinierenden Weg. Doch die wahre Magie liegt nicht nur in den malerischen Ausblicken, sondern auch in den Begegnungen entlang der Route. An den Entladeorten, wo Fracht den Besitzer wechselt, entfalten sich Geschichten von Menschen und Kulturen. Die Vielfalt der Menschen, die der LKW-Fahrer trifft, wird zu einem lebendigen Mosaik, das die Reise mit einem Aug von Abenteuer und kultureller Bereicherung durchwegt. Die Straße wird so zu einer Melodie, die die Schönheit des Unterwegsseins in jedem Takt einfängt. Die Freiheit der Straße wird nicht nur zu einem Beruf, sondern zu einer Leidenschaft, in der sich das Herz des LKW-Fahrers mit der pulsierenden Energie der Reise verbindet. So wird jeder Tag hinter dem Lenkrad zu einem Kapitel eines wunderbaren Abenteuers, das die Sinne belebt und die Seele in der schier endlosen Weite der Straßen verbindet. In der Mitte – der Schienkrader von Bieden, der Schienkrader von Bieden, die die Erleichterinnen und SchIEF-Fahrers mit dem Lenkrader von Bieden